Ja, moin, ich bin Anna und wir sind heute auf dem Hof Wasserblöcken in Ottendorf. Wir sind ein familiengeführter konventioneller Ackerbaubetrieb im Kreis Rendsburg-Eckernförde, direkt vor den Toren Kiels. Hier betreiben wir moderne Landwirtschaft mit Herzblut und Leidenschaft. Moin, ich bin Lene und ich bin Lotte. Wir sind alles drei Schwestern. Wir haben Agrarwissenschaften studiert. Wir möchten unser Wissen über die Landwirtschaft gerne weitergeben und sind deshalb mit dem Projekt Schulklassen auf dem Bauernhof beim VR-Förderpreis dabei. Wir denken, dass ein moderner landwirtschaftlicher Betrieb ein exzellenter Lernort für Schulklassen ist, denn die Schülerinnen und Schüler sind unsere Zukunft. Wir haben jetzt im Rahmen der Bildungsoffensive Landwirtschaft, Ernährung und Verbraucherschutz konkrete Angebote erarbeitet. Dabei handelt es sich um Angebote aus den Bereichen Getreideanbau, Zuckerrüben, Agrarpolitik und Landtechnik. Wir möchten zukünftig gerne weitere Fortbildungsangebote besuchen, um unser Wissen noch besser vermitteln zu können. Außerdem möchten wir gerne unsere technische Ausstattung aufstocken, um allen Schülerinnen und Schülern einen guten Zugang zu dem von uns weitergegebenen Wissen zu ermöglichen. Um unser Angebot bekannt zu machen, würden wir gerne eine Website errichten und Werbematerialien drucken, um an die Schulen ranzukommen. Wenn auch ihr das Lernen auf dem Bauernhof unterstützen möchtet, dann votet für uns!